Musik Wir sind hier auf dem Dottenfelder Hof, eine der ältesten biologisch-dynamisch-bewirtschafteten Betriebe in der fruchtbaren Wetterau am Rande von Frankfurt am Main. Und seit 40 Jahren haben wir hier eine Abteilung Forschung und Züchtung, um uns Fragen in der Wissenschaft des ökologischen Landbaus zu bewegen, Düngungsfragen, Pflanzengesundheit und Züchten, Getreide und Gemüsesorten für die Bedingungen des ökologischen Landbaus. Wir versuchen hier Landwirtschaft und Züchtung im Einklang mit der Natur und im Einklang mit ökologischen Gesichtspunkten. Ziel des EIP-Projektes ist es, die Leistungsfähigkeit und die Praxistauglichkeit von Populationen zu demonstrieren. Warum züchten wir Populationen? Weil die Natur die Vielfalt erfunden hat, um stabile Ökosysteme zu entwickeln. Und wir entwickeln Populationen, um dieses Gesetz der Vielfalt anzuwenden im Hinblick auf Stabilität des Ertrages, Stabilität in der Gesundheit und natürlich auch Stabilität im Hinblick auf die Backeigenschaften, die ja beim Brotgetreide ganz wesentlich sind. Und das letzte, Populationen haben die Möglichkeit, sich an die Anbaubedingungen anzupassen mit den Jahren, was eine reine genetisch-einheitliche Linie nicht kann. Im praktischen Anbau bei den Landwirten ist zunächst mal natürlich das Bild anders im Anbau, aber in der Praxis, im Handling der Populationen, haben sich da keine weiteren Probleme gezeigt. Und an allen Standorten wurden übliche Erträge erwirtschaftet. Wir wissen seit den 70er Jahren, dass der Klimawandel kommt mit Extrem für die Landwirtschaft. Trockenheit wechselt sich ab mit hoher Nässe, Überschwemmungen. Das heißt, wir brauchen viele Eigenschaften, die sozusagen das Puffervermögen der Pflanze stärken. Züchtung funktioniert dadurch, indem man neue Variationen, neue Vielfalt schafft. Das geschieht bei Weizen dadurch, indem man Vater- und Mutterpflanze zusammenbringt, um die Eigenschaften zu kombinieren. Also hier sehen Sie schon die Ähre und wie die Körner angegangen sind in der Ähre. Das ist die Mutterpflanze. Der Vater befindet sich hier in der Küche drin. Also hier stehen wir vor einer Population, Brandex-Population, die zugelassen ist vom Bundessortenamt. Und Sie sehen anhand der verschiedenen Formen und der verschiedenen morphologischen Unterschiede, bekannt, unbekannt, gefärbt, nicht gefärbt, lang, kurz, die Vielfalt. Also man kann sagen, in so einer Population sind 300 Genotypen drin. Das heißt, ich kann hier jederzeit reingehen und die schönste Ähre mit den Eigenschaften, die wir haben wollen, eine rausnehmen und daraus eine Linie aufbauen. Also ich habe auch mit so einer Population eine kleine Genbank auf dem Feld.